da geht gleich als nächstes dahin und da wo er jetzt ist macht er alles kaputt oder was er wird dann der wird dann stärker gehen mehr gegner der erledigt cool das war ich mich ob mir das lieber ist als irgendwie gegen die ganzen leute dazu kämpfen ich glaube schon eher jahre ich sehe es gerade aber damit macht er seine ganzen verstärkungsdruck jetzt er ist tot er ist tot die sind alle tot sie sind jetzt alle im nächsten zu tot wo gar noch nicht gewählt wird mich auf den armen nebenan gibt es jetzt nicht so an der nächsten gegnerphase das heißt hier nach so hammer musste ich schon bewegen kollegen geht nicht so muss sich schon bewegen was dann einfach nicht also geht er jetzt gleich hier in wo muss ich mal als nächstes hin nach oben oder hier schon fast sagen hier irgendwie sieht hat da sich raus weil meine leute sind jetzt hier da kann ich ja noch irgendjemand erledigen du nicht so stark wie es im nächsten zug ich glaube nicht okay ist gut zu wissen dann ich kann wahrscheinlich ihn in diesem zucker lege was er bleibt jetzt da und schild die ganze zeit so er erinnere ich mich schon angeguckt er hat irgendwie nur magische waffen irgendwie voll schlecht ist so ich versuche mein glück mal mit einem schnitt so war es doch noch mal daneben und er macht ein kipp gegen mich wird sie mich auf den armen nehmen okay wir müssen ja mal eine kleine tanzaktion starten naja du wirst mal hier ein auto wir haben gegen tiki kämpfen lassen zwei drei vier fünf jahren eine verteidigung von 18 von daher ich würde sie aber lieber hier haben verdammt habe ich schon 2345 verdammt so hat sich man sich erledigen aber wie soll sie jemals irgendwas ja da ist ein nachteil wenn er allen charakteren irgendwie so blöde waffen es ist halt so ich schick mal sie hier vielleicht man könnte ja noch stark gegen eigentlich immer noch in der briten einheit ja das heißt alfred wenn ich schlechte er hat gegen drachen und gegen briten einheiten was dann denken wir mal kurz ne sollte eigentlich um den zug fertig sein wenn ich dann habe ich glaube ich eingefallen er kann sich ja nicht daraus bewegen glaube ich ja wenn ich jemanden noch hier im packe dann kommt er nicht mehr daraus sehe ich gerade da konnte es mich nicht mehr wenn du leicht vom bogen wechselt war keine diskussion 81 da trifft er da haben wir jetzt nach links da kriegt er jetzt da und mit euch beiden etwas hohe magie verteidigung wenn wir helfen erfahrt die leute gerade 24 rechnen gar nicht klar man weiß aber da kann sich sowieso nicht bewegen weil es das schlimmste weil er machen kann 22 24 kann ja eigentlich niemand töten ja dann wirst du mir ein ausrufezeichen ganz auf sie losgehen 41 29 damit doppelt der nicht mehr 41 29 wenn wir auch schon gerne erledigt gegen jetzt schon wieder verhause ich treffe naja wird versuchen was was eigentlich wohl die ganzen aber ich nehme an das sind alles assistenten ja nicht herumlaufen nach herrkoll naja es war helfen wenn ich kriegen wir doch bestimmt angelockt ne sag ich jetzt erstmal hier in macht dich bleibt hoffentlich ach jetzt sind einmal sechs wenn zwei von den treffen ich habe solche voraussetzungen nicht mehr aus dass ihr nicht mehr jungen die 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 er hat ihn verzerrt merkel hat er hat ja zwei bedeutungen wie wärs wenn man sich macht einmal zweimal okay okay ich schiff wirklich jemand der merkt zum ersten mal hat jemand echt echt stirbt neben dem sie auf jeden fall war gar nicht mehr so gewohnt du gehst hier hin helfen wenn das hortensia sehe ich gerade 27 du hast eine menge oh ja mal dann erreicht nämlich wahrscheinlich gar nicht mehr du stärken will ich nicht ansetzen der proaktiv gehabt hätte so als ich aber gerade hier sind noch gegner er ist ja noch nie muss ich erledigen sagt da gibt es einfach nicht mal ich hätte mal bitte ja dann bitteschön wir haben mit einer p überlebende hat einfach nicht wahr sein sie ist ein sicherheit ne ja die gegner sterben vor in der gegner runde am anfang der gegner oder anfang der gegner und eine männer werden bis zum brotten nachdem sie ja hast du wieder was nichts ausgerüstet hier natürlich gut wenn sie ihn wenn sie sie erledigen könnte ja was sagt mir sie wird aber nicht auf mich loskommen weißt du ja du hast natürlich 11 wieder klar ja wenn ich sie an lockern weiß ich nicht ob sie erledigt krieg meine geballten macht von karakteren ja da hast du ich weiß nicht wirklich als nächstes hin gehen soll da habe ich mal die heile animation überspringen man schneiden naja für schaden würdest du mir machen auto one shot ist nicht cool ich bin schon mal könnt ihr von von reittieren ab man könnte ja irgendwie heruntersteigen von reitieren sowie in free hours ist da wäre cool das ist noch nicht jetzt nicht mit einem schlag stirbt da war sie schwach gegen gewalt feines 41 ich will selber glaube ich kann ich an noch mal nach und wie hat jetzt die ablassen naja er ist jetzt stärker geworden da fliegt einfach darüber hey ich glaube das hätte ich nicht überlebt da war ja vorgabe auch kaputt irgendwann er hat der avocado irgendwann getöteten oder haha ja sehr gut ja der empfand ich gut und hortensia bewegt sich auf und zu und natürlich bewegt sich auf und zu machen was das jetzt nicht am ersten zug so ich habe leider schon getanzt einmal jetzt gerade nicht so guter timing die sich bewegt hat sie musste sich natürlich ausgerechnet jetzt schon bewegen das hat absolut schlechteste timing ich nehme sehr stark an ich werde sie nicht erreichen kriegen wir mit noch nicht mit erika erika hat ja auch in den schwerten doch sie hat gar kein ding sehe ich gerade sie hat gar nicht so ein kristall ich kann sich voll einfach erledigen jetzt da kommt aber er wieder eine hatte er schon wieder hier einfrieren ich könnte er rettung einsetzen wenn sich auch wahrscheinlich machen ich meine er wird wahrscheinlich nicht so viel schaden gegen sie machen oder sie ja so rennen halt okay ich weiß nicht mehr rettung hat aber irgendjemand muss es gleich einsetzen wer hat rettung irgendjemand hatte rettung mehr also niemand nicht niemand hatte rettung aber irgendjemand da jetzt hat er zwei lebensbreiten ist klar was war damit kann ich eher leben als wenn den irgendwie seine seine dinge zieht sich hoch ein soll ich blockiere mal ein paar sachen und ich habe wenn du mal ich jetzt gehen jetzt hier bewege dass er jetzt nicht im nächsten zug stirbt wird aber nicht direkt schon im nächsten zug seien hat dann zu baut an aber ich mache ihn ein schaden er bringt nichts mehr hat sich ein hoch warum müsst ihr euch alle jetzt schon wieder bewegen er sagt allem magi aber naja das heißt wenn ich ihn hier im platz hier ist eigentlich okay so wer hat jetzt rettung ich weiß nicht wer rettung ich irgendjemand hatte gerade rettung getropt und irgendjemand hatte rettung ich weiß nur nicht wer du hast beide rettungen okay dabei kann ich leben gewitter das ist gruselig aber hat jetzt noch gruseliger da habe ich sie wahrscheinlich hier so irgendwo hinbewegung er trägt mich von hier aus schon wieder so was ich machen werde ist ich mag erstmal dich hier an naja da ist der planen jedenfalls hier wird auf mich los kollege so ich mache den ja ne kein lust dass die auf uns los geht uns all fertig machen deswegen habe ich dir jetzt einfach mal kurz mit dem windschwert der kaputt wir selber hast du keine konversation ich wusste ja erika zu blieben meine gute idee so stärken einmal ja wahrscheinlich eher stärken einsetzen als purgativen da jetzt muss sie wie weit trifft hat er wie weit geht dort acht jahre ist er locker das heißt ich möchte ich wahrscheinlich hier ich möchte ich mal hier ich hoffe eigentlich im nächsten zug werden wir ja schon alle kaputt sein wenn wir schon nicht noch hoffentlich hin zu geben mit dem ich mich ja bewegen kann naja ich versuche hier so einige dinger klein zu halten aber wenn er sowieso jetzt mal ein dingen bekommt dann macht er doch gar keinen unterschieden da muss ich alle ja legen dann ist die zeitverschwendung so ach sie könnte auch rettungen sitzen ja ich soll vielleicht mal gucken wer hat überhaupt einsetzen kann rettung sb w das heißt ich gehe hier hin ja ja am besten hier dann ist sie wahrscheinlich gleich ein reichweite von man glaubt nicht so gut gerade problem ist ich weiß nicht wo sie sie hin platziert wenn sie ich nehme an hierhin weil sie zieht sie von hier aus hierhin also müsste sie ja eigentlich aber das aus und dinge also müsste sie sie ja wahrscheinlich dahin packen so was war hier hin hat sie dann gepackt wird genauso weit statt so sie kann eigentlich auch hier stehen bleiben würde ich sagen 1990 ist gar nicht so stark sehe ich gerade 19 19 manchmal hier ich glaube ich dass das irgendwie bringen wird aber kann es ja versuchen das spiel nimmt wahrscheinlich an ich muss die alle blockieren damit er gar keinen fressen kann irgendwie so hat eine 26 27 einweist hält sie ja locker aus sondern dass seine reichweite bin ich auch ja wenn man folgendes tut sie sich damit auch unterrichten ich hasse diese das von den dann müssen wir ja wenn du nah genug an uns alle herankommen soll ich meinst den ja und das hilft nicht will ich okay alles klar cool die helft hat nicht alles klar mal passiert na passiert er ist auf uns zurückkommen ein krepp ist natürlich sehr gut ein krepp dankeschön das meyer müssen weiter man natürlich war ankommen ok auf ihn gehst du los hattest du nicht irgendwie so eine super attacke irgendwie darf dieser eine typ kommt auch irgendwie da vorbei okay ja nämlich jetzt auch vollen reichweite gab es auch relativ gut geklappt und ich gerade so er natürlich aber da kommt noch verstärkungsdruck okay ich wollte schon sagen wenn ordnung warum von allen leuten wieder so was wieder so ich habe die verstärkung gestoppt ich heute ab so besser wenn ich brauche müssen sie sie bräuchte ich sie müsste man ihr ding es einsetzen hier und fern angriff wir sind in unserem teil leider ich nähe jetzt mal an ich kann von denen abhauen naja sag mal hier wenn ich nicht einfach hier reingehen und naja es hat denn sicher hier gerade aber einfach hier gerade alles ungemein da ist natürlich alle dingen weil so viele leute gerade damit ich dachte ab blocken da kommen die magie sondern einmal naja ich bin zu weit aber hatte ich habe eine idee könnte aber funktionieren erst mal gucken war es zu spieler hat hier noch octopath 2 nebenbei und einer karte irgend so ein random mpc sah genau aus wie barf und so blaue haare mit so tiara war natürlich mädchen trotzdem merkwürdig ach ich kann gar nicht ja du kollegen du kannst wahrscheinlich sowieso nicht auf mich los mehr aber ganz aber suchen aber er ich brauche euch auf der linken seite ja verteilen wir uns mal so ein bisschen mehr mehr geht ja auch nicht los du hast allerdings noch mal hat man doch vor 23 28 kann aber ich doppel doch kann also das steht jedenfalls das ist es nicht kann wie viel sie hat er in 27 da kam ich näher kann mich nicht doppeln und er wird da sowieso nicht auf mich loskommene da wieder blödsinn da bin ich mir hat nur ein oder gab er uns echt nicht an der gar schon recht nicht an so mein plan ist jetzt erst mal ich mache ihn ja und ich mache sie mit dem bühnen total da gibt es keine unthaltung ja ja ich sehe gerade hat aber auch nicht so gebracht wie ich mir vorgestellt habe ich wollte jetzt ihn ja benutzen damit er sie hierhin bewegt mit seiner fähigkeit aber da wollte ich hier vierfach treffer mit ihr einsetzen aber komme ich als nicht dran bringen mein hauptcharakter vertreten dreck ich werde schon passt stimmt da war ja was was war was ich wollte schon sagen sagt er sei drei was machen warum ist man allerdings unter 72 da kommt ich werde es schon fast das war letzt schwer für die wir es nicht wissen ja 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 da nichts mehr so eine band bauen erst mal ne er kriegt hier nichts getroffen das gefühl wenn ich sie dahin packe damit sie von allen auseinander genommen der 31 27 ich möchte ihn ja angreifen dann sehe ich habe ich weiter geht ja genau das wollte ich jetzt gar nicht so es kommen die zwei ja nicht durch aber wenn ich jetzt die mehr im bewegen ich habe noch option hatte ich kann versuchen anzugreifen danke du mal allein aber wird sie dann verpült sich aus wenn so jemanden von einem weiband oder an pferd irgendwie rundheraus jetzt wird es auf einmal leid natürlich so jetzt könnte ich sie hier mit mit eix fähigkeit zu rausholen dann wäre sie immer neuen sicherheit sage ich jetzt erst mal hier oben mit ihr dann trenne ich mich wahrscheinlich so mit meinen einheiten ich hatte es liebend gerne wenn ihr irgendwie auf sie losgehen würde aber geht ja wahrscheinlich sowieso nicht 27 du erreichst niemanden du erreichst mein hauptcharakter näher schnell so relativ übersichtlich sehe ich gerade ich bekomme im nächsten zug durch nie ich könnte ja nur einsatz bevor ich gehe ja vielleicht gut natürlich wieder alles zusammenbricht also bevor er hat wieder hier sind ja auch noch leute habe ich glück habe wenn die wieder verschlungen von ihm dann kannst du noch gar nicht alle hier aufhalten vor die auf fris so was man wer trifft mich da wer du gehst du gehst du gehst gar nicht auf die leute los oder stehen nicht so du hast elfen sind das war gemacht hier noch geregelt krieg ich könnte weißt du elfen donner ok dann mache ich folgendes einmal ein bildnis bitte da mache ich einfach den jahr naja guck mal hier das problem gelöst ich meine da war noch nicht mal wirklich ein problem aber es ist jetzt warum trifft er mich noch immer hat also wegen elfen donner ja ist okay so da war es dann ja mache ist gehe hier giga donner schwert entschuldige was einfach mal im magischen schwert einem magischen tag die physische schwein angreifskraft verwendet durch werter habe ich noch nie gesehen da oben rechts wird aber angezeigt hat die dann machen frage jetzt kann ich den erledigen man hat man dafür eine reichweite als sagt man spiel natürlich wieder nicht mehr hat mich jetzt wahrscheinlich erstmal ihren reichweiten ich gehe mal raus weiß nicht hat so eine gute idee ist hier so aufzutrennen so das spiel sagt mir er geht aber er macht er die ganze zeit nichts da macht 43 schaden sie wird jetzt aber überleben okay vor allem wenn ich hier so etwas ausrüstet zur not kann ich ja immer noch rettung einsetzen wenn ihr irgendwie alles schief geht dann kann ich sie ja rüber packen alle so erneuerung das bin ja ja sie hatte weniger verteidigung ich weiß nicht wieso aber ich kann es nicht herrigen und du gehst nicht auf mich los na passiert dem besten man macht den dann kommen wir angegriffen mehr schaden als ich werde wahrscheinlich bei heraus also ein bisschen nervig natürlich der zweite doppelt wir werden wieder gesenkt und auch voll dämlich ist so am besten wir jetzt wenn er dinge kaputt machen würde ne macht er nicht das heißt die dachen sind ja immer noch am rumlatschen hey was geht nach einem rittertod sagst du dazu wenn ich den überhaupt treffer damit genau ich kann auch den einsetzen und es auf jeden fall droht das ist mir ein bisschen sicher tut mir leid aber entschuldige ich mich stirbt entschuldige ich mich denn stehen ich weiß nicht ob dazu eine gute situation hier gerade ist der wir uns hier gerade befinden ich will die beiden glaube ich hier herausgelegen und habt ihr selber ganze einlegen sie 30 kein ding ich werde wahrscheinlich daraus retten 1 2 3 4 5 6 cool obwohl wenn ich mit wenn ich ja alles auf jeden drauf ballern kriege ich den andauern 53 58 20 werte werden reduziert und dann gehe ich so auf ihn los 10 71 kann ich konnte haben da ist ein typ aber ist egal ich habe sie aber leider schon bewegt und dann so maßmal werte reduziert das wird ich glaube nicht sie trifft aber so gut jetzt habe ich denke schon bewegt ja den wahrscheinlich erledigen können wenn ich von dir voran einsackeln wenn ich von dir voran einsackeln ich bin so viel schaden mache ich glaube ja eher nicht erst mal überhaupt das hier trifft wenn das hier nicht trifft dann ist sowieso vorbei ok so 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 123456 so so da muss ich von er hat voran einsackeln kann sie überhaupt nutzen ja sie hat mir magie als so so tier habe ich neben den treffen doch tut's oh my god dann haben wir schon einige schon vier leute erledigt sehr bald so nicht auch ein rapier ja nix ab so ihr fährt mir gar nicht vorbei das land natürlich das ganze nein ich habe ihn auf einer p mann hau schon wieder um papi so da mache ich folgendes 1 2 3 4 damit auch ein bisschen schaden ja ich gehe da mal nicht dauernd versucht und der blöde weiwandritter gleiche macht mich zwar macht mir ein out hier aber was soll es nicht alle auf ihn losgehen 35 das sind 11 man sieht ja alles schneller 11 13 mit aber leben ja voll knapp aber sie macht mit ihrer 18 prozent ja ich gehe auflaufen aber ja da wird dann machen wir ihn ja dann sowieso da stehen war keine bewegung reichweite glaube ich da könnte gut sein magi harmonie alle im takt jorge passen haben sie sich muss ich jetzt echt so riskieren mich dadurch in salva diane und dann lieber so aber er will sich ja nicht mal egal auch nicht schlecht damit treffe ich gar nicht mal sagen wenn ich mich da im beweg kann ich gar nicht irgendwie im platz war schwer dann versuchte ich da hin zu betieren geht einfach nur so hallo naja kann ich natürlich nicht machen ja wir verpriesen uns von jahre und kann natürlich wieder nicht kontern jetzt hier also mit dem sperr ich habe gar keinen schaden gegen den macht wird verteidigung hatten der 36 cool 14 0 sagt das doch auch nice da geht als nächstes hin auf gott ich habe mich da jeder rechtzeitig rauskommt da kommt doch niemand da kommt doch nicht jeder raus rechtzeitig hallo obwohl doch obwohl diamant okay da muss ich rettung einsetzen falls ich noch eins habe weil er ist jetzt ja voll eingesperrt da hätte ich dir man einfach nur weg packen sollen da ja also die kirche alle raus wer hat hier rettung aber mein gott ich bin so froh dass du gerade rettung hat es aber bewegt sich jetzt hier das ist nicht so gut gerade ich habe meine ganz leute jetzt hier ich brauche ich heißen müssen wir retten das sind wir alle rechten seite hat wir nicht wollen okay die gute nachricht ist die meisten sind ja alle fliegen eine in die drei kann ich hier einfach raus bewegen die beiden muss ich dann raus retten wahrscheinlich also auch hier mit dingen sie ja mit salin aus retten erstmal muss ich diamant retten sonst fragt er mir ja salin du wirst ja auch von hier aus erreichen oder da muss aber denken wenn man rettet dann kann der charakter der gerettet wurde falls er sich noch nicht bewegt hat da kann es ja auch noch mal bewegen eigentlich überhaupt hier so hinbewegen okay die mehr als auch noch rechtzeitig heraus geschafft und ja es war im nächsten zug hier mit ich glaube ich werde aber sie lädt sich sie lebt hat relativ schnell auf von alleine ja er bewegt es jetzt hier nach rechts naja sie wird sie ja wohl noch retten können oder ja wir müssen die beiden irgendwie ja gleich raus gerettet werden naja so hier all chris und madeleine jana kann einfach fliegen ja mal hier was noch mal ja die verstärken auf der seite werde ich aber nicht aufhalten können ich habe nur zwei drei leute gleich da muss ich euch hier so vorbereiten zum retten hat nicht einer von euch auch rettung aber ja mal so es gibt mir als spiel genug rettung stäbe er sagt alle weg irgendwas sagt wenn der weder war trotzdem hochgeballert also bringst du irgendwie nicht hier die verstärkung stoppen nein da war noch ein ding womit ich meine das aufgaben konnte ja nun aber da hat man noch zwei jetzt sind sie alle da aufgetaucht also ich nehme an wenn er irgendwie genug leute ja stabilisiert dann kriegt er erst nur dann kriegt er erst nur ding ein paar ab oder mich treffen hätte vielleicht die ganze zeit wie angreifen müssen oder so ich weiß es nicht irgendwann wird er ja wohl irgendwie zu dem finalen dinge hingehen ja ich sehe da sind wieder ein paar neue leute aufgetaucht könnte jetzt eigentlich wagen noch ein ap jetzt gehen wir doch nicht hier so auf den nerven kann euch sein ob du immer mit einer überlebt erzähl ich denke ich sehe ich bin , das müssen wir noch einmal aus das ist die Art of Fear das ist die Art of Fear a neher Binge sind wir sind die Art of Fear das ist perfekt einmal wird besser trifft so habe ich so geführt war nicht gedacht von dem spieler er sich jetzt nach da im gewissen ich habe angreifen und so ein ding zu bekommen mit 200 prozent hat man machst du gerade ein ap mehr schaden der 3 ich hätte am liebsten wir einmal angegriffen aber ich muss die war sowieso ja hat mich um die idee so dich naja na warte ich wollte schon nutzen da kommt mal hier und ich hätte mal gern wir deinen super angekürt dann da kommst du oder hier in am besten und du machst ja kann man nicht mal stärken einsetzen ich weiß nicht wo du ihn am hinplatz hier ist naja aber ich nehme an oben dann selber der einzige fetter frei ist ja das haben wir uns sagen können sie können wir einfach herunterhauen indem man mit sie gott hier die dinge aktivieren dem probleme also sofort draußen naja hat jemand der stärkung ich würde man ja so stärken einsetzen wäre jetzt super cool dann würde ich vielleicht einen von denen die abschließende sind so viele von denen jetzt schon wieder echt nötig hier okay da war noch 118 eine reichweite von 1 2 3 bis 5 cool hätte ich nicht getroffen dann stand ich mich erst mal ich kann darum die kaya mit der einsetzen aber moment braucht keine eilung glaube ich hat man durch stärkung von mir treffe ich nicht alle so was die blöden drachen die aus dem weg räumen das ist nicht vorgab tipp es ist nicht vorgab tipp das vorgab tipp das vorgab tipp so kann ich mal stärkung einsetzen wenn da eine schone aber sie füllt ihr dinges auf genau auch der band dingen er geht nach unten rechts schon war ich nicht da bin ja okay natürlich machen ja nix ist zum bekämpfen da ist es allerdings hier auspacken okay jetzt sind wir schon wieder ein bisschen unverschämt sagt ich muss natürlich aber jetzt hier raus bewegen was ich mich da gelassen habe aber hey sind wir wieder weg da kommt der frist überhaupt gar keinen mehr außer ihnen ja da in einen rettungsstaben die man aber nicht sterben kurz nicht daran dann geht ja unten unten rechts hin was bewirkt hat schon wieder hätte man irgendwie so hingehen sollen ich glaube gar nicht das spiel schon wieder gebrochen und gemacht was ich nicht hätte machen sollen so mache ich ja nicht ja gut jetzt einige von den dingern sterben relativ schnell man macht ja alle magischen scheinen spezial war da gar nicht so stark sehe ich gerade 20 und 15 sehen okay die quantität mit der auftaucht ist nur ein bisschen was hier gerade nervt was macht man ja erst mal alles erledigen was hier im weg ist so ich muss glaube ich hier mal meinen bindung ist mit ihr einsetzen aber er kann jetzt lauf fliegen dann gehen wir hier hin verlegt aber ich habe machen die machen alle 15 schaden so stark sind die nicht wenn ich da rein düse und die alle fertig mache ich habe ja noch mit der ich heilen kann also wenn ich jemanden da rein packe der ganz schön tank ist sei diese ich weiß nicht wie diese situation schon wieder ja so unmöglich ist aber er kann doch von denen getroffen werden so man muss aber einer von treppen ich kann ja ich kann ja ich kann ja okay 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 so jetzt muss ich ihn erledigen wer kann ich auch noch abschießen naja ich kann ja eine menge gegen erledigen in dem zug hier steht alle gerade so unpraktisch ich habe mal sehen hier ich habe einen angriff der gegen drachen effektiv ist mit tic von dieser erweckung stein war natürlich auch gut das schafft nebel kein erstfolger ja werte sind ja jetzt auch ich habe zuerst sagen so entschuldige was also weil es egal ich weiß nicht ob mein hauptkarten überhaupt getroffen kriegt jetzt wir haben auch daran kommt okay alles okay alles auf die kohle muss definitiv mit karl einsetzen das muss ich nur noch die alle erledigen 1 2 3 4 5 6 da kein problem ist theoretisch auch gar kein so ein großes problem so den kann ich erledigen zum beispiel ich muss noch alles andere ja auch noch erledigen soll ich ich tue jetzt einfach ja ich gehe jetzt ein bisschen auf road so pass auf nein hast du ihn erreicht so viel zu weit der fände so war eine gute idee ich glaube nicht okay drei sind hier so war meine meine idee war jetzt eigentlich nicht eigentlich aber wir müssen ein von den abschließend geht nicht anders und ich würde sagen ich würde sagen eben da jetzt muss ich eigentlich nur genug hp haben alle angeführt zu überleben du weißt mit deinem fern angefangen du hast mit einem fern angefangen als 2 x 15 sie ist tot ich wollte noch gar nicht mit kaja einsetzen hat irgendjemand erholung nenne ich erholung das was wir setzen mal einmal stärken sein so gehört wir jetzt gar nicht guter zug aha das hat sie überlebt hat sie wird ja zweimal von ihnen angegriffen packen sie da 15 ich glück habe sie sogar gar nicht 98 18 mehr dann wohl ein angefangen höchstwahrscheinlich wird sie getroffen so dann wollte ich noch hier irgendjemanden der dings hat erneuerung das habe ich besucht damit ich ja sofort teilen kann und dann geht es uns eigentlich gut ne typen werden schon wieder näher kommen da kann es auch ihr könnt versuchen auf ihn loszugehen aber er wird höchstwahrscheinlich ausweichen ok so lässt ja oder sie ja ok warte mal was redi jetzt war so viel zu treffen werden wahrscheinlich auf sie losgehen und sie wahrscheinlich treffen aber dann habe ich ja glück ich betrage ich mal hier also ich sollte sagen ich gut gehen wer dürfte eigentlich nicht weiten es wird ja diesen einen magier einen nuckeln dann geht er da unten rechts kristalle auf solange hat er nicht so ein endgültiger lauf gegen die zeit ist wo er irgendwie ja keine ahnung irgendwann ist noch eine insel übrig schnell und tötest du mich und die muss dann auch innerhalb von einzug oder so und ich muss irgendwie innerhalb von einzug erledigen bevor die insel drauf geht da wäre natürlich ein bisschen doof aber ich nehme an das wird nicht der fall sein natürlich kommen hier einmal verstärkungsgruppen da waren aber alle verstärkungsgruppen